So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zu Spellforce 3. Leer-Taste und weiter. Wir sind jetzt in dem Tempel erneut. Ich werde diesmal hier drüben lang gehen. Vielleicht sterben wir da nicht ganz so schnell. So, Feuerweil noch drauf. Alles neben. So. Schauen wir mal, geht es hier weiter? Nein. Gut. Wo geht es? Hier lang. Einer unserer Helden wurde getötet. Was? Was für krasse Typen sind das. Bitte? Hau den oben? Eine Abscheulichkeit. Tötet sie. Weg mit dem Kollegen. Heilige Scheiße. Uiuiuiui. Okay, der war mal eklig. Ich habe noch nicht mal Loot dargelassen. Auf der ältesten. Klingt gut. So schön. Noch ein Geistwesen. Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott. Sie werden brechen. Leute, wo gibt es denn? Leute, wo gibt es denn? Vorsicht vor den Klaus. So krasse Typen. Oha. Noch ein Geistwesen. Vorsicht. Kein Marner. Verdammt. Einer unserer Helden wurde getötet. Ah, das... Ich brauche Heilung. Gibt's doch nicht. Verdammt, ich... Hilfe! Lauft weg, lauft weg, lauft weg. Habe verstanden. Ich verstehe. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Kommt bitte, seid weg. Nein, nein, nein. Krasse Scheiße. Seid ihr euch sicher? Verdammt. Einer unserer Helden wurde getötet. Angehenden Archäologen erscheint die hybernische Kultur ebenso mysteriös wie paradox. Sie vereint brutale, rituelle Kämpfe mit friedvollen Glaubenssätzen. Atheismus mit tiefer Spiritualität. In Wahrheit aber ist die hybernische Gesellschaft einst stabiler und geeinter gewesen als die meisten Zivilisationen unserer Zeit. Ähnlich wie bei den Formern jedoch liegt ein Großteil ihrer Geheimnisse nun unter dem Mantel des Vergessens. So, Dreck. Hm. Ich geh dennoch noch mal hier drüben lang. Angriff macht 14% Kein Problem. Überlass das hier. Feuerball drauf. Alle mal ein bisschen heilen. Hm. Interessant. Das sind ja mal echt ekelhafte Typen. Drei Fertigkeitspunkte. Ah. Fokus Regeneration. Schneesturm. Angriff Maße vor sollen. Drei Fertigkeitspunkte. Und du hast ja hier auch. Nächste Show. Verdammt. Der Gerät ist ver- und dieses Attagiert-Pferd. geheilt ja wir alles ausgeben hier auch ja auch haben wir nur ein paar tingsbumspunkte ja sicher doch weg 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 hier ging es nicht weiter kinderspiel na komm So, drauf! Ich hab's zumindest ein bisschen kleinen Loot. Oh, hier oben ist noch mehr. Okay, alles entnehmen. Verstanden. Seid ihr euch sicher? Hier runter gucken wir mal lieber nicht. Habe verstanden. So, bevor ich nochmal alles spielen muss, speichere ich hier nochmal. Beichern. So, und fortsetzen. Okay, also die waren echt mal ärgerlich. Hier geht es nicht weiter. Gehen wir nochmal zum Gottstein. Ändert das hier irgendwas? Neun. So. Würde ich sagen? Feuerball rein. Einer unserer Helden wurde getötet. So. Und jetzt. Die Kollegen. Was? Halt die nur aus. Machen. Boah. Das klapped doch nicht. Mir fehlt Fokus. Mir fehlt Fokus. Boah. Booo. 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 Der Tempel ist ja echt, man. Na habt ihr nur mal. Booo. Au. Booo. Booo. Okay, Aldo. noch mal eilung drauf ich bin schon fast gewillt hier nach jedem kampf zu speichern das mache ich jetzt ich bin schon speichern mustra fortsetzen richtig miese nummer hier sicher doch zurück macht euch bereit das wird schnell vorüber sein feuer frei verdammt ich hilfe scheiß gift einer unserer helden wurde getötet scheiße hilft mir doch jemand verdammt noch mal hau den endlich um hier kommt schon das ist noch nicht vorbei aufstehen das ist definitiv eine harte nummer hier wird jetzt ja da lang alles nehmen klingt gut hier ist wieder die blöde Brücke einer unserer Helden wurde getötet endlich ich verstehe alles zurück hier alles zurück warum geht ihr jetzt so schnell in die Knie 30 Konstitution 7 was hätten wir noch anzubieten Konstitution 10 Konstitution 8 42 45 wenn nicht im Kampf gehen wir auf 10 ja so anwenden damit kriegst du jetzt den guten Mandel und du Kollege wir gehen zumindest auf 8 bei dir so vielleicht nutzt das irgendwie ein bisschen was haben wir hier noch pro Sekunde hopp schau mal hier was hast du denn von Helm ähm 7 7 scheisse ok irgendwie nichts gutes für ihn gut lassen wir das ja nochmal kurz speichern da haben wir das wobei so machen wir mal da 1 1 1 1 2 speichern so und fortsetzen sicher doch schick man die mon wieder vorne weg in ordnung weiter 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 kein problem ihr habt euch die falschen feinde gewählt so noch nicht daran mir fehlt fokus hier du Kollege du gehst jetzt auch weg ist das alles ist das alles ist das alles na schön boah Gottstein und speichern fortsetzt ab balla jetzt könnten wir da hoch gehen seid ihr euch sicher oder hier drüben da gut kommt hier na dann gehen wir es an ich brauche Heilung einer unserer helden wurde getötet von wegen der steht jetzt wieder auf und es ist sogar vastra worum geht's worum geht's so dann sind wir wieder hier nein scheiße wissen hier unten wo die typen waren sicher doch natürlich schauen wir erstmal hier drüben lang was gibt's hier denn machen wir uns das mal an ähm Intelligenz und Willenskraft nehmen wir nicht mehr machen wir nicht mehr es ist nicht mehr richtig auf die kacke hauen und jetzt kommt mal wieder zurück so dann speicher mit direkt wieder krass solch typ da klingt gut da lang so ach scheiße komm wir probieren es doch einmal da unten lang dass ja ja und die ich ja 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 Volk! Rauch! Die stirbt! auch hier sieht besser aus irgendwas schießt hier noch von der seite da kommt los sterb endlich wird schon schief gehen über dass das ihr habt euch die falschen feinde gewählt der bitte kommt kommt so schnell geht das nicht wenigstens einer weniger krass es tut mir leid aber ich habe echt kein bock hier immer wieder neu gut sie mal einer an Zeitverfall, Schnippchen geschlagen, Meisterwerk alles nehmen wo geht es hier hin endlich ja gut wohin ok gut und hier ist auch nichts rüber gehen schauen wo wir da raus kommen wobei packen wir einen wilder Dämon aus so so sie � denn b ja das sehr vor sogar 首先 ich hier Vielen Dank.